Willkommen Leute, heute das leidige Thema, vegane Ernährung ist ungesund, ja und heute wollte ich euch wieder mal ein Paradebeispiel dafür zeigen, wie man gegen vegane Ernährung kämpft und was für ein unglaublicher Schwachsinn das ist und das könnt ihr dann auch euren Freunden zeigen, die gegen Veganismus sind, weil sie wahrscheinlich genau aus diesem Grund gegen Veganismus sind und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass zum Beispiel auf Facebook angeschrieben wurde und mir gesagt wurde, ja vegane Ernährung ist ungesund, weil vegane Ernährung besteht ja aus Ersatzprodukten, ja, also du ersetzt ein Schnitzel mit einem veganen Schnitzel und so weiter, ja, kennt ihr diese Geschichten und dafür hier mal jetzt einen Nachrichtenausschnitt, ja, der sieht so aus, könnt ihr hier sehen, könnt ihr sehen, ja, genau und auf jeden Fall hier Bundesregierung, ja, das von der Seite Welt, N24, Bundesregierung warnt vor veganer Ernährung und da sieht man dann natürlich auch, ähm, da zeigen die so ein Bild, wie ihr sehen könnt und äh, das ist vegane Ernährung, ja und ganz genau deswegen, was, was ihr hier auf dem Bild seht, ganz genau deswegen denken die ganzen Menschen, vegane Ernährung ist ungesund, weil das, was ihr hier auf dem Bild seht, das ist ungesund, ja, das sind vegane Ersatzprodukte, das ist alles aus dem Chemielabor, ja, das wurde mit Maschinen zusammengearbeitet aus verschiedensten Sachen, mit verschiedensten Chemikalien da drin und das, was ihr hier seht, natürlich hat nichts in einer veganen Ernährung zu suchen, das, was ihr hier, und um das ein bisschen deutlicher zu sagen, das, was ihr hier auf diesem Bild seht, ist Abfall, das ist keine Nahrung, das wächst nicht auf einem Baum, das wächst nicht aus der Erde, das ist Abfall, was ihr hier seht, ja, nochmal ganz, ganz deutlich gesagt und natürlich, so wie die Medien nun mal sind, ja, benutzen die natürlich ganz genau so ein Bild, entweder, ja, ich würde jetzt sagen, entweder, weil die es wirklich nicht besser wissen, weil die wirklich denken, das ist eine vegane Ernährung, aber ich glaube, das ist eher industriegelenkt, ja, weil vegane Ernährung ist, wie ihr wisst, das Schlimmste, was passieren kann für Gesundheitssystem, ja, Wirtschaft und so weiter, vor allem, deswegen denke ich, das ist schon so gewollt, dass sie da so ein Bild wählen und gucken wir uns nochmal an, ja, wie wäre es, wenn man jetzt mal ehrlich ist, ja, und sagt, vegane Ernährung ist ungesund und dann blendet man dieses Bild ein, ja, warum macht man das nicht, das macht man nicht, weil dann alle Menschen einen auslachen würden, ja, wenn du versuchst zu erzählen, den Leuten weißt zu machen, dass das hier ungesund ist, warum macht man das nicht mit diesem Bild hier, ja, vegane Ernährung ist ungesund und dann sieht man dieses Bild, ja, alle lachen Schenkelklopfer, warum macht man das nicht mit diesem Bild, ja, wie ungesund ist das, ja, oder mit diesem Bild, vegane Ernährung ist ungesund, nein, man macht das nicht mit echter menschlicher Nahrung, die dafür da ist, damit sie gegessen wird, ja, wenn du das hier, was du gerade siehst, nicht isst, dann verdirbt es und ist weg und hat keinen Sinn erfüllt, ja, deswegen sind pflanzliche Nahrung zum Essen da, ja, pflanzliche Nahrungsmittel und deswegen wählt man so ein Bild, ja, und sagt, das ist pflanzliche, das ist vegane Ernährung, ja, pflanzliche Ernährung und natürlich warnt jeder davor, vor seiner Ernährung, weil das natürlich eine Abfallernährung ist, ja, und das setzt man mit veganer Ernährung gleich und dann ist alles klar, ja, von daher wollte ich das hier nochmal ganz deutlich ansprechen, Leute, ja, schickt das diesen Leuten, die euch erzählen, vegane Ernährung ist ungesund, weil diese Leute nicht wissen, was vegane Ernährung ist, ja, das ist, äh, da fallen mir auch diese Beispiele ein, äh, wenn ihr in Foren unterwegs seid oder auf Facebook oder sowas, da liest man dann auch sowas von Fleischessern, liest man dann sowas wie, ähm, ich habe noch nie ein veganes Produkt gegessen oder ich habe noch nie was veganes gegessen, ah, du hast noch nie was veganes gegessen, du hast noch nie in deinem Leben eine Kartoffel gegessen, ja, eine Kartoffel ist eine Pflanze, du hast noch nie in deinem Leben eine Banane gegessen, noch nie einen Apfel gegessen, das ist vegane Nahrung, ja, das ist meine Nahrung, verstehst du, du hast noch nie eine Bohne gegessen, ja, du hast noch nie eine Tomate gegessen, ne, noch nie was veganes, du hast noch nie Reis gegessen, auch nicht, oder? Von daher, Leute, ja, ganz, ganz wichtig, lasst euch nicht verarschen von solchen Anzeigen, von solchen Märchengeschichten, vor allem, wenn Leute das jetzt sehen, die irgendwie, äh, überlegen zu wechseln, ja, zu einer pflanzlichen Ernährung, ja, das müsst ihr, ganz, ganz wichtig, dass ihr das versteht, dass das keine Nahrung ist auf diesem Bild, ja, was da gezeigt wird, und, ähm, eine pflanzliche Ernährung ist eine Ernährung, die sich auf pflanzliche, vollständige Nahrungsmittel bezieht, ja, alles, was draußen wächst, das ist deine Nahrung, weil du ein Pflanzenfresser bist, ja, deswegen wird man Veganer, und dann, oder aus Tierschutzgründen, aus was auch immer, ja, aber das ist so wichtig zu verstehen, Leute, das ist keine vegane Ernährung, wenn ihr solche Bilder seht, ja, von irgendwelchen zusammengepressten pflanzlichen Würsten oder sowas, ja, das ist kein Essen, ja, ganz, ganz wichtig. Von daher, Leute, ja, das Video war wichtig für mich, dass ich das nochmal ganz, ganz deutlich sage, weil ich, wie gesagt, diesen Ausschnitt da gesehen habe mit diesem Bild, ja, vegane Warnung vor veganer Ernährung natürlich, dann klatscht man da so ein Bild hin mit irgendwelchem Abfall, ja, von daher, Leute, guckt meine Videos, wenn ihr wissen wollt, was die richtige, wirkliche vegane Ernährung, ist, ja, und dann verschwinden auch diese ganzen Grausamkeiten da aus dem Kopf, ja, die man da über vegane Ernährung hat, man muss sich da jetzt nur von irgend solchen Chemieprodukten ernähren, ja, und keiner kommt irgendwie auf die Idee, dass man vielleicht einfach nur wirklich echte Nahrung isst, ja, das ist alles nicht so schwierig, Leute. Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute, ich hoffe, das Video konnte ein paar aufwecken, aufrütteln und wir sehen uns dann im nächsten Video. Peace.